Hallo und herzlich Willkommen zu einem kleinen Update von Shotcut in der Version 19.06.15. Ich möchte hier einige grundlegende Änderungen zeigen. Und zwar hier in dieser Timeline, hier an diesem Lineal, da hat man nämlich hier die Frames weggelassen. Und man sieht nur noch die Stunden, Minuten und die Sekunden. Und die sind jeweils in 5 Sekundenschritten angeordnet. Oben in dieser Menüleiste haben wir jetzt auch die Möglichkeit kleine Symbole anzuzeigen, was natürlich auch ein bisschen besser ist für die Übersicht, oder auch den ganzen Text unter den kleinen Symbolen wegzulassen. Ich bevorzuge aber doch den Text unter den Symbolen. Auch im Menü der Wiedergabeliste hat sich einiges getan. Hier wurde übersetzt. Wir erinnern uns, hier stand mal Sort und jetzt heißt es Sortieren. Auch die Filtersektion wurde reorganisiert. Wenn wir hier auf die Videofilter gehen, so sehen wir anhand des Beispiels Text, steht hier Text einfach, was vorher nur Text hieß. Auch neue Filter sind hinzugekommen. Ich werde mal ein bisschen kurz runterscrollen und mal gucken. Aber wir haben hier zum Beispiel einen Gauschen-Weichzeichner. Vorher gab es nur einen ganz normalen Weichzeichner, der die horizontale und die vertikale weich gezeichnet hat. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir auch hier neue Weichzeichner. Exponentiell, Kasten und Tiefpassfilter. Dieser Weichzeichner ist der alte Weichzeichner. Der wurde jetzt in Kasten umbenannt. Wir klicken drauf und wir sehen hier wieder die alten Einstellungsparameter. Auch verschiedene Rausch- und Endrauschfilter sind dazugekommen. Dann gucken wir doch mal hier. Genau, richtig. Rauschen reduzieren in HQ-DN3D. Rauschen reduzieren in intelligenter Weichzeichner. Dann normales Rauschen in schnellem Modus. Und Rauschen der Schlüsselbilder. Doch am allerwichtigsten ist dieses neu hinzugefügte Symbol. Ripple Bearbeitung über alle Spuren. Das zeige ich nun, was das macht. Es vereinfacht ungemein das Handling mit den Spuren und der einzelnen Videoclips. Ist dieses Symbol noch deaktiviert und ich verschiebe hier einen Clip. Dann verschiebt er sich auch nur in der betreffenden Zeile. Beziehungsweise in dieser betreffenden Ebene. Aktiviere ich dieses Symbol und verschiebe irgendeinen Clip hier aus den Ebenen. Beispiel diesen hier. Dann verschieben sich alle mit. Es sei denn, man hat sie hier gesperrt. Dann bleiben sie stehen. Diese Funktion gilt natürlich auch für das Einfügen aus der Wiedergabeliste. Ich nehme mal hier einen Text. Und füge ihn mal hier ein. Dann seht ihr, werden alle geschnitten und verschoben. Das ist aber in diesem Fall natürlich nicht so förderlich. Denn es ist praktischer, wenn man es zum Beispiel am Anfang einfügt. Wenn man was vergessen hat hier vorne. Dann verrutscht auch das Ganze dahinter. Gleichmäßig. Und wie ihr seht, hat sich jetzt gerade was geändert. Und zwar hat sich mein Logo wieder auf die Originalgröße gebracht. Die vorher in der Filter Sektion. Ich werde die mal anschalten. Hier mit verschiedenen Filtern ausgerichtet ist. Wobei auch die Größe und Position hier ist. Ich will nur mal laufen lassen. Genau, richtig. Das ist noch ein kleiner Fehler. Das ist aber nicht so schlimm. Wenn das nämlich aufgetreten ist. Dann kopiere ich die Filter Sektion. Lösche alle Filter. Und füge sie wieder ein. Und seht ihr, ist alles wieder beim alten. Das ist noch ein kleiner Fehler. Sie müssen noch mal behoben werden von Shotcut. Das gleiche gilt auch fürs Entfernen. Da rückt nämlich auch wieder alles nach. Auch wenn ich in einer Ebene schon vorhandene Filmclips oder Images einfügen will. Wie zum Beispiel nehmen wir mal dich hier. Und möchten das ganz gerne an der ersten Stelle von dieser Spur einfügen. Rutscht natürlich auch alles nach. Ich finde das erleichtert die Arbeit ungemein. Und wie ihr sehen könnt, arbeite ich schon an einem nächsten Tutorial. Für ein kleines Intro. Ich hoffe, dass dieses kleine Update hilfreich war. Gebt mir einen Daumen und einen Kommentar. Und ich bedanke mich an dieser Stelle. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. So.